Herzlich Willkommen zu einem neuen Video mit Broker RQOption. Ich handel 6 Sekunden bis 2 Minuten, mein Starttrade beträgt hier 2000 US-Dollar. Als nächstes suche ich meinen passenden Trade nach meinen Einstiegskriterien im Metatrader 5 unter Berücksichtigung meiner Indikatoren im Metatrader 5 und der Tagesnews Euro-Yen. 2.000, sieht ganz gut aus. 2.000, nicht 2, 20.000. Gut, ich stärke ein. Stand heute sind noch 6 Plätze für mein Privateinzelcoaching 10K3. Wer noch Interesse hat, kann sich noch einen Platz sichern. Gegebenen Teil steige ich noch mal ein. Wenn er noch weiter steigt. Und diese Zeit ist meistens nicht mehr so viel los. Aktuell ist er im Gewinn noch 5 Sekunden. Perfekt. Mal sehen, ob ich auf die Schnelle noch einen Finder, einen Trade Finder. Hot US-Dollar, nee. Euro, US-Dollar. Okay, hier steige ich ein. Okay, hier steige ich ein. Okay. 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 Geht noch mal rein. Wichtig ist, dass ich den zweiten Trade gewinne, dann bin ich im Plus. Nach meiner Strategie gewinne ich meistens beide Trades. Oh, mal sehen. Das wird knapp. Perfekt. Bis zum nächsten Mal. Adios.